Wir alle wollen schlauer werden, wir wollen uns weiterbilden, um die Welt um uns herum zu verstehen, um gute Gesprächspartner zu sein. Wir haben dann einfach probiert zu gucken, wie können wir diesen Unmet-Need besser erfüllen und dann war so die klare Idee mit Bytesize, also mit kurzen Inhalten. Ist das wirklich so, dass Leute bei euch die Bücher lesen und händisch die Sachen zusammenfassen oder nutzt ihr da schon irgendeine Art von KI dazu? Das sind tatsächlich Leute, die das machen. Experten, Expertinnen, die sich in dem jeweiligen Thema auskennen, die lesen die Bücher und machen dann genau das, was wir von ihnen wollen, nämlich so die wichtigsten Ideen aus dem Buch rausziehen und das in eine neue Struktur bestrecken, die man dann gut on the go mobil lesen oder hören kann. Übrigens erfolgreiche Menschen, die lesen ungefähr 50 Bücher im Jahr. Das schafft ihr mit Blinkist in so 12,5 Stunden. Also an die Bücher oder Shortcuts, fertig los.